Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren arbeitsrechtlichen Video. Thema heute der Aufübungsvertrag. Mit einem Aufübungsvertrag können Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis durch eine privatautonome Vereinbarung beenden. Die Probleme, die dabei auftreten, sind häufig gar nicht originär arbeitsrechtlich. Stattdessen stellen sich hier erneut Fragen aus dem BGB-AT und dem allgemeinen Schuldrecht. Normativ wird der Aufübungsvertrag in 623 BGB erwähnt. Demnach bedarf er der Schriftform. So weit, so einfach. Kommen wir zum ersten Problemschwerpunkt, der AGB-Kontrolle. Frage an euch, sind Aufübungsverträge im Regelfall einer AGB-Kontrolle zugänglich? In der Regel wird eine AGB-Kontrolle von Aufübungsverträgen nicht möglich sein. Das liegt zum einen daran, dass sie meistens individuell ausgehandelt werden. AGB nach 305 Absatz 1 Satz 3 BGB liegen dann also nicht vor. Zum anderen fallen die Hauptleistungspflichten der Parteien nicht unter die AGB-rechtliche Inhaltskontrolle. Dies ergibt sich aus Artikel 4 Absatz 2 der Klauselrichtlinie und wird auch in den Begriff der Regelung in 307 Absatz 3 Satz 1 BGB hineingelesen. Die Hauptleistungspflichten der Parteien beim Aufübungsvertrag sind auf der Seite der Arbeitnehmerin der Verzicht auf zukünftige Verdienstmöglichkeiten und auf Seiten des Arbeitgebers regelmäßig die Zahlung einer Abfindung. Streitigkeiten beziehen sich erfahrungsgemäß vor allem auf den Verzicht der Arbeitnehmerin und die Höhe der Abfindung. Es sind also häufig die Hauptleistungspflichten betroffen, sodass eine AGB-Kontrolle ausscheidet. Weiter geht es mit dem zweiten Problemschwerpunkt, dem Widerrufsrecht. Warum ist das relevant? Viele Arbeitnehmerinnen unterschreiben einen Aufübungsvertrag unter Druck oder in einer Überrumpelungssituation. Im Nachhinein möchten sie ihn dann wieder rückgängig machen. Ein Widerrufsrecht kann sich aus § 312 B Absatz 1 Satz 1 BGB ergeben. Folgende Voraussetzungen müssen vorliegen. Erstens ein Verbrauchervertrag gemäß 312 Absatz 1 BGB. Zweitens Entgeltlichkeit gemäß 312 Absatz 1 BGB und drittens ein Abschluss außerhalb von Geschäftsräumen gemäß 312 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 BGB. Prüfen wir los. Der Aufübungsvertrag ist ein Verbrauchervertrag. Die Arbeitnehmerin schließt den Aufübungsvertrag zum Zweck ihrer unselbstständigen Tätigkeit. Somit ist sie Verbraucherin und Arbeitgeber sind regelmäßig Unternehmer. Der Aufübungsvertrag ist auch entgeltlich. Hier können wir erneut auf die oben bereits erwähnten Hauptleistungspflichten abstellen. Der Arbeitgeber leistet eine Abfindung. Als Entgelt leistet die Arbeitnehmerin den Verzicht auf zukünftige Erwerbsmöglichkeiten. Wenn der Vertrag nicht am Arbeitsplatz geschlossen worden ist, liegen auch die Voraussetzungen des 312 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 BGB vor. Wenn es an dieser Voraussetzung offensichtlich fehlt, bietet es sich in der Klausur an, schnell darauf zu springen und so abzukürzen. Prüft man schulmäßig, kommt man also häufig dazu, dass ein Widerrufsrecht besteht. Das BAG lehnt es aber trotzdem mit Verweis auf die Systematik des Verbraucherwiderrufsrechts ab. Was könnte hier das entscheidende Argument sein? Das Verbraucherwiderrufsrecht ist auf Verträge zugeschnitten, bei denen es um die Lieferung von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen gegen Entgelt geht. Das sieht man ganz deutlich an den Rechtsfolgen eines Widerrufs. § 357 Absatz 1 BGB sagt, die empfangenen Leistungen sind zurückzugewehren. Ihren Verzicht auf Verdienstmöglichkeiten kann eine Arbeitnehmerin schlecht herausgeben. Ähnliches zeigt sich bei den Informationspflichten aus 312 D BGB in Verbindung mit Artikel 246a EGBGB. Dort verpflichtet § 1 Absatz 1 Satz 1 zur Information über die wesentlichen Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen. Beim Aufübungsvertrag gibt es aber keine Waren oder Dienstleistungen. Das BAG ist bei seiner Auslegung wohl von einem Akt Klär ausgegangen. Dem EuGH wurde die Entscheidung jedenfalls nicht vorgelegt, obwohl es um die Auslegung der Verbraucherrechte-Richtlinie gegangen wäre. Halten wir also fest, ein Widerruf schaltet jedenfalls aus, weil Aufübungsverträge nach der Systematik des Verbraucherwiderrufsrechts nicht davon erfasst sein sollen. Das müsst ihr aber nur diskutieren, wenn die Voraussetzungen für ein Widerrufsrecht überhaupt vorliegen. Weiter geht's mit dem dritten Schwerpunkt, dem Gebot fairen Verhandelns. Das klingt stark nach § 242 BGB. Der dogmatische Weg, den das BAG einschlägt, ist aber ein anderer. Das BAG konstruiert eine Schutzpflicht, § 241 Absatz 2, die darauf gerichtet ist, fair zu verhandeln. Ein Verstoß gegen diese Pflicht liegt vor, wenn der Arbeitgeber eine Drucksituation schafft oder ausnutzt, die die freie Entscheidung der Arbeitnehmerin zum Abschluss des Aufübungsvertrags erschwert oder unmöglich macht. Welche Rechtsfolge hat ein solcher Verstoß? Ein Verstoß gegen das Gebot fairen Verhandelns begründet, wenn man der Schutzpflichtkonstruktion des BAG folgt, ein Schadensersatzanspruch nach § 281 Abs. 242 BGB. Vorausgesetzt natürlich, es liegt auch Vertretenmüssen vor. Nach § 249 Abs. 1 BGB kann die Arbeitnehmerin dann nach Turalrestitution verlangen und wird so gestellt, als hätte sie den Aufübungsvertrag nie geschlossen. In der Klausur bietet es sich an, den Schadensersatzanspruch als Einrede zu prüfen, die zum Erlöschen des Aufübungsvertrags führt, wenn sie geltend gemacht wird. Auf Subsumptionsebene sollten strenge Anforderungen an einen Verstoß gegen das Gebot fairen Verhandelns gestellt werden. Es handelt sich schließlich um einen erheblichen Eingriff in die Privatautonomie. In einem 2019 entschiedenen Fall nahm das BAG einen Verstoß gegen das Gebot fairen Verhandelns an. Die Arbeitnehmerin wurde zu Hause aufgesucht, als sie krank war und Schmerzmittel eingenommen hatte. Den Aufübungsvertrag unterzeichnete sie dann wörtlich im Tran. In der Klausur solltet ihr euch also für einen Verstoß entscheiden, wenn der SV ähnlich gravierende Umstände enthält. Das Gebot fairen Verhandelns ist wie das Widerrufsproblem ein heißer Examenskandidat. Theoretisch kann es auch in nicht originär arbeitsrechtlichen Fällen relevant werden, in denen eine erfahrene Partei mit einer strukturell unterlegenen einen Vertrag schließt. Wir fahren fort mit dem vierten und letzten Problemschwerpunkt, der Anfechtung nach 123 Absatz 1 Variante 2 BGB wegen widerrechtlicher Drohung. Typischerweise droht der Arbeitgeber damit, der Arbeitnehmerin zu kündigen, falls sie sich weigert, den Aufübungsvertrag zu unterzeichnen. Der Zweck der Drohung, die Aufübung des Arbeitsvertrags und auch das Mittel, das sind Aussichtstellen der Kündigung, sind per se nicht widerrechtlich. Die Widerrechtlichkeit kann sich jedoch aus einer Zweck-Mittel-Relation ergeben. Die Drohung mit einer Kündigung ist nur gerechtfertigt, wenn der Arbeitgeber die Beendigung des Arbeitsvertrags überhaupt in Erwägung zieht. Das kann er aber nicht, wenn die Kündigung voraussichtlich unzulässig wäre. Der Arbeitgeber droht dann nicht mit der rechtmäßigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses, sondern nutzt die Drohung, um die fehlende rechtmäßige Kündigungsmöglichkeit zu umgehen. Dieses Vorgehen ist verwerflich. Droht der Arbeitgeber mit einer voraussichtlich unzulässigen Kündigung, besteht somit eine Anfechtungsmöglichkeit nach 123 Absatz 1 Variante 2 BGB. Fassen wir noch einmal zusammen. Der Aufübungsvertrag muss gemäß 623 BGB schriftlich geschlossen werden. Darüber hinaus finden wir im Gesetz aber wenig Hilfreiches. Eine AGB-Kontrolle wird regelmäßig nicht möglich sein, da der Vertrag individuell ausgehandelt wird und Hauptleistungspflichten nicht kontrollfähig sind. Ein Widerruf des Aufübungsvertrags scheidet jedenfalls daran, dass die Systematik des Widerrufsrechts nicht auf solche Verträge zugeschnitten ist. Als Instrumente gegen den Aufübungsvertrag bleiben der Arbeitnehmerin aber ein Schadensersatzanspruch bei Verstößen gegen das Gebot fairen Verhandelns und eine Anfechtungsmöglichkeit, wenn der Arbeitgeber mit einer Kündigung droht, die aller Voraussicht nach unwirksam wäre. Damit sind wir am Ende mit unserem Video zum Aufübungsvertrag. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.